Zusätzliche Zubehörteile Klipfelmauern DDPWAP Er dient dazu, einen Spalt zwischen der Terrassenplatte und der vertikalen Fläche zu schaffen, die über die Höhe der Terrasse hinausragt, beispielsweise an einer Wand. Er gewährleistet einen freien Wasserfluss und verhindert die Ansammlung unerwünschter Feuchtigkeit. Installation des Klipsfelmauern DDPWAP Wir bereiten die Stelzlager vor, die sich an der vertikalen Fläche befinden, an der wir den Clipfelmauern montieren werden. Bei den Stelzlager der Serien Max und Spiral werden zwei gegenüberliegende Abstandshalterblätter aus den Fugenscheiben entfernt. Bei den Stelzlager der Standard-Serie installieren wir zwei Fugenabstandhalter. Wir legen den Clipfelmauern auf das Stelzlager, wobei der gebogene Teil in Richtung der vertikalen Fläche zeigt. Die Fugenscheiben sollten in der Längsöffnung des Clipsfelmauern platziert werden. Beim Höhenverstellen beachten wir, dass der Clipfelmauern die Höhe des Stelzlagers um 2,5 mm erhöht. Wir drücken den Clipfelmauern in Richtung der Wand. Der Clipfelmauern kann mit einer Schraube dauerhaft fixiert werden. Diese Aktion wird erst nach Sicherstellung einer korrekten Einstellung der Stelzlager durchgeführt. Wir legen die Terrassenplatte auf die Stelzlager. Installation von Clipsfelmauern an den Ecken In einer inneren Ecke installieren wir zwei Clipsfelmauern auf einer Stütze ohne Fugenscheiben. Bei der Höhenverstellung müssen wir daran denken, dass die beiden Clipsfelmauern die Höhe der Stütze insgesamt um 5 mm erhöhen. In einer äußeren Ecke hängt die Positionierung der Stützen von der Geometrie der Terrasse ab. In den meisten Fällen installieren wir Stützen neben der Wand ohne Fugenscheiben. Neben Stützen mit einem Clipfelmauern platzieren wir zusätzliche Stützen mit Fugenscheiben, die die richtige Breite des Fugenabstands zwischen den Platten an der Ecke beibehalten. Bei der Planung der Terrasse müssen wir daran denken, dass Ecken die Anzahl der benötigten Stützen erhöhen. Die ordnungsgemäße Platzierung von Stützen mit Clips für Mauern gewährleistet eine stabile Position der Platten in angemessenem Abstand von der Wand. Für weitere Informationen über verstellbare Stelzlager und Terrassenzubehör besuchen Sie unsere Website. Untertitelung des ZDF für funk, 2017